Die Schweinegrippen-Hauptsaison steht vor der Tür und um zu verhindern, dass der Restbestand der eh schon vom Aussterben bedrohten Deutschen vollständig durch die Schweinegrippe ausgelöscht wird, hat man unter Hochdruck einen völlig neuen Impfstoff mit extra prima Wirkungsverstärkern entwickelt. Der steht ab nächster Woche in den Spritzen bereit und dann soll durch die größte Massenimpfung aller Zeiten in einem riesigen Feldversuch getestet werden, ob der neue Impfstoff wirkt oder ob seine Nebenwirkungen noch effektiver sind als die Schweinegrippe selbst. Zu diesem Zweck soll sich möglichst die gesamte Bevölkerung als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen und jetzt stellt sich heraus, dass sich ein paar Schweine mal wieder eine Extrawurst bestellt haben. Ich meine, ein paar Schweinegrippen-Bedrohte eine Sonderbehandlung gesichert haben. Denn getreu dem Motto, ist sie zu stark, bist du zu schwach, erhalten Regierungsmitglieder, Spitzenbeamte sowie die tapferen Jungs von der Bundeswehr eine abgeschwächte Form der Schweinegrippen-Impfung. Heißt das, dass die tolle Truppe und die politische Elite des Landes aus Weicheiern besteht? Und was heißt Regierungsmitglieder? Ist die noch amtierende alte Regierung gemeint oder die zukünftige? Und was ist mit der Opposition im Bundestag? Bekommen die auch die Warmsücherbehandlung oder sollen die mit dem Rest der aufmüpfigen Bevölkerung gleich mit weggeimpft werden? Gar keinem Risiko ausgesetzt werden dürfen ja die Ärzte, die uns bei einer Schweinegrippen-Epidemie retten sollen. Deshalb wollen die sich auch gar nicht impfen lassen, nicht mal mit der Soldaten-Spitzenbeamten-Kabinett-Weicheier-Version des Impfstoffes. Meine Damen und Herren, so geht das doch nicht. Wenn die Gewinnkalkulation der Pharmaindustrie Wirklichkeit werden soll, dann muss jetzt ein tapferer Spitzenpolitiker ran und sich öffentlich mit der echten Droge impfen lassen. Einer vom Schlage des ehemaligen bayerischen Umweltministers Dick, der damals öffentlich eine Portion radioaktiv verstrahlter Molke gelöffelt hat. Oder einer wie der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer, der sich todesmutig in den Verdreckten rein stürzte und überlebte, woraufhin auch die Lachse zurückkehrten. Nach einem solchen mutigen Spritzenpolitiker wird in Berlin händeringend gesucht. Und jetzt wissen wir auch, warum sich die Koalitionsverhandlungen so hinziehen.